It's over! It's over! Finally! Hohooo! Wir haben's getan! Ja, sehr mysteriös, ne? His powerful aura? His words? Do you think he really was Archangel Luxaphale? Tja. I thought it could be a coincidence, with all the names, just tofällig, you know, you have to get her, yeah, yeah, exactly. As a priest of the church, I don't think we can deny the possibility. Ja. I'm afraid, we may be making a serious mistake. Tja, quats! Do you think it was a mistake, to kill that Majin? I have no new Gefangeln genommen. Der ist ja bei uns am Lieberum drin! Komme, we'll get out of the time we'll befreien, lobe ich, oder? Geht das überhaupt? Das weiß ich gar nicht, ob das geht, ob man's wieder befreien könnte, wenn man wollte. Ich glaube, das geht, lobe ich vielleicht gar nicht. No, it's not that. I just feel there's something deeper here. Something we're not seeing. I'm gonna be afraid of the rebirth of this Izzel. What is that? Ja, gute Frage. Für alle, die es nicht wissen. Gizel is the pagan name for Holy Atena. Aha! Okay! Du weißt, wo ist der Pagan Name? Weiß nicht, ob das schon mal erwähnt wurde, dass das derselbe Name ist wie Holy Atena. Das weiß ich jetzt gar nicht. Es ist nur noch was Neues jetzt. Auch wenn es jetzt, jetzt nicht so überraschend ist. Ja, weil wir ja schon mehr wissen von Sage. Aber, ja, es ist interessant, dass das die Übersetzung einfach ist. Aber ich bin mir nicht sicher, ob das mal genannt wurde. Kann nur sein, bei Sage seiner Zeit. Ähm, kann nur möglich sein, aber ich bin mir da nicht sicher. Was? Ja. Die Wiederbelebung von, von Atena. Ähm, ja. Ja. Ich glaube, das ist nicht die Zeit, um die Ignoranz zu verhindern. Ja. Eine kleine Gruppe von Valdi und Priester hat jetzt seit einigen Zeit lang studiert. Just wie ich dachte. Hm? Sie haben die Informationen vertreten, während sie die Heretics vertreten. Ja, und was haben die herausgefunden? Und du bist ein Spie, von dem Papa, nicht wahr? Ja, das sowieso. Ich... Ja. Ich bin ja nichts dazu zu leugnen. Wir haben ja gerade zu mir durchgesprochen. Levat, du musst das nicht antworten. Ich denke, es wäre besser, wenn man einfach mit offenen Karten spielen würde. Kommander? Ja? Ja? Was soll das heißen? Levat, jeder hat ihre Secrets. Und ich werde nicht ein Mitglied von meinem Team verlieren. Besonders nicht gerade jetzt. Ach ja... Ja gut, im Grunde hat ja auch... Ähm... ...hat ja ordentlich Levat darauf gesagt, von... von wegen... Äh... Von wegen Loke, von wegen, dass... er das Geheim hält. Gut, hat er ja auch gesagt, auf einer Seite, ne? Ähm... Ja... Jeder hat seine Geheimnisse und... wir werden jetzt nicht... uns gegen... gegeneinander wenden, so sinngemäß. Ja gut. Commander Rolupin. Marie, du bist okay mit dem? Hm. Ja, ich weiß nicht. Wenn du so sagst, Commander. Ah, ja. Gut dann. Levat, erzähl mir über Izzel und die Prinzessin. Ihr soll erfahren hier, was hier los ist. Was kommt jetzt? Was kommt jetzt? Mhm. Ach ja. Ach ja. Ja, eben darum ging's doch, ganze Zeit. Ja, nein, ein Kind ist ja genau das. Tatsächlich. Er hat das groß gesagt, und wegen dieser befreit werden. Aber... Ja. Wie der Pope sah, es gab zwei Möglichkeiten. Eure der Königinennung war wahr, und es gab keine Verbindung zwischen der Royal Familie und Bessick. Oder? Herr... Das stimmt. Ja. Ja, Ja, das ist aber was denn, das der Papst, ein Attentäter gegen die Prinzessin gesetzt hat, das ist ja was. Was zur Hölle? Ja, das stimmt auch. Das ist nicht wahr. Ich glaube in sie, und das ist warum ich mich über die Art, die alles verbunden hat. Levat, du und ich sind das gleiche. Sir? Mhm. No matter what you hear, you don't let it affect your belief in her majesty. Ah, ach so, ja klar, du könntest auch nicht glauben, was sie mit ihnen sagte. Ah ja. Ja. Aber sie kann nicht glauben, dass er es läuft, ja. Everyone, please, help me. I need all of you if we're going to finish our mission. Er lässt uns schaffen, keine Sorge. Bisher war es ja nicht das Problem, tatsächlich. Weil man irgendwie war es ja noch die selbe Ziele hatte, in die selbe Richtung ging sie zumindest. Natürlich, dass ich es nicht. Du bist ein wertvoller Mitglied dieser Team. Das kommt noch dazu. Du bist ein ziemlich guter Mann, Boss. Du kennst das? Hahaha. Das ist, warum du gegen Orden gehst. Und eine Platoon, die als Decoye verwendet wurde und für tot. Okay. Okay. What are you talking about? I'm just saying I'll stick around. You need someone to look after you. Hahaha. I'm a dead man. Das ist ein Mensch da. Looks like you've finally learned how to hold a team together, Commander. Ja. Was lange genug gedauert, ne? I'm just glad I don't have to continue on by myself. Thanks everyone. Good. Now let's move out. The throne of God lies ahead. Ja. Das ist was zum nächsten Mal. Weil wir genau wissen was da passieren wird, ne? Gut. Hier haben wir ein bisschen auch ein bisschen erfahren, weil es quasi dazu geht, die die valdianische Seite. Ja. Von dieser ganzen Geschichte. Sehr interessant. Ähm. Wir lassen uns ein bisschen E-Mail hier los. Mein guter Commander. You seem a bit onyxious today. But you have managed to wrench us this far. Warily, there is nothing to fear. Now, if you will excuse me, I have some rather mundane matters to attend to. You're good. I'm relaxed. Hey, it's you. I'm thinking about leaving this town soon. The Count has been keeping his eye on me. It's hard to become a master thief when you are always being watched. I'm out. Goodbye. Man sieht sich, man sieht sich halt so als Ashley wieder. Ah. Hot and spicy. Da 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 da. Ja. Egal. Hello. Welcome. What happened? You seem troubled. How about the game? It will take your mind off it. It will take your mind off of things. Will the goddess of luck smile upon you today? Ja, jetzt war der falsche Satz. Du mit deinen Göttern mal. Es gibt in方 nicht schlechteres als über Götter zu reden. Na nicht? Da tut sie doch irgendwas. Ja. Natürlich nicht, das heißt ja beim nächsten Durchlauf erst. Na dann. Danke, danke. Ich sag ja irgendwann, wie lange, lange Folge. Hi, Shiba! Ja, vielleicht der Anfang vom Ende, ja, oder so. Hi! Hi, there! Oh, are you heading out again? Nein, you must be pretty busy. You don't visit me very often. My dancing has really improved since last time. Come see me when you get back. Anyways, sorry for keeping you when you've got things to do. Goodbye! Ja! Ah, Bezzel! Hello, Commander! Some of the refugees are heading home to Elm. I am sad that I won't be able to see them again. But going back to family in France is a wonderful thing! I think I got back to my family in France is a really good job. Oh, my God. I am so glad I got back to my family in France. So, what are we going to do now? We are going to do now. What do we go first? immer gesagt immer aber dieser effektiven keine mich keinen moment aber wir bräuchten so was wie so ein viel bräuchten aber naja sagt herrst helft durch spiels aber ich bedenke dass die zweite hälfte geändert wird aber egal vielleicht in der dritten geschichte in der vierten geschichte genau weiß warum okay jetzt haben wir jetzt die pp erhalten wie viel gibt es das denn 800 gut weil er so groß ist und wie toll ist denn er die 20.000 knapp 18.000 über der kosten dreimal der kostet 3 3 sind teuer magenswoll brauchen wir eigentlich nicht hier können wir komplett verkaufen das geld brauchen wir auch nicht tatsächlich egal amateurs haben wir nicht gekriegt in nun brauche können wir verkaufen weiß nicht was ich damit mache anziehen wir haben wir komplett ja auch verkaufen wollen wir auch nicht mehr ja warte man die kamen war noch gar nicht wir werden aufdecken na guck mal an weiß ich noch mal was dann machen wir das mal ja dann decken wir den mal auf ich glaube ich hätte man schon längst lapis hilf aber vielleicht die anderen ne ja aber die anderen ich glaube ich glaube ich habe auch die anderen noch davor davor die andere Formen ja noch mal jetzt mal hier ich bin gekocht gebrochen mädchen ja und der schrei was geht heute was ist denn der schrei des tages das schrei des tagesmenü gekochter lapis hilf ja ich weiß nicht ob das schmecken oder quettmiss ist ok extra pp so dann haben wir den aufholen alles für den datenbank alles für das lexikon gott so womit haben wir es ja ich überlege gerade was ich mit den menschen machen die ich jetzt gefangen habe ob ich die jetzt alle also die ich jetzt im libraumrindchen habe ob ich die alle verkaufen soll oder oder ja was genau ich damit machen soll keine ahnung bin mir nicht so ganz sicher was ich mit denen machen möchte will ich die verkaufen extrahieren verkaufen müssen wir die eigentlich nicht tatsächlich weil wir genug geld haben haben es hat jetzt was neues dazugekommen muss ich gleich mal gucken am besten mal 460 mhm auch komplett overdeckt mit auch so toll wie 3 ja gut ja gut pass mal hier ich würde jetzt gleich bei SDS zeigen was wir alles so haben äh Aquila der ist auch komplett voll bei ja 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 ka brüda kann man nicht voll leider eingetötet haben und ungünstig herrüh ruhig und kalt kreement nicht mehr voll hätten wir den einen auch auch noch erwischen müssen der leider verreckt ist beim letzten mal vorletzt mal irgendwann war das mal war das nur nicht so lange her da war einer gehabt von der Maustür sind getötet Der fehlt uns jetzt, er ist halt so, fehlt uns das leider, naja, kann ich alles haben. Beim nächsten Mal, was hast du denn besser? Wir haben dieses Mal alle Bosse eingekriegt, war ja bei Sage auch so ein bisschen Pech dabei, dass wir die Bosse nicht gekriegt haben, bei allen, die wir nicht gekriegt haben, weil eigentlich sind die nicht so schwer zu kriegen eigentlich. Aber mit bisschen mehr Routine geht das halt, ne? Dual Attack, das haben wir doch so oft glaube ich schon. So, gut, PP brauchen wir nicht. So will ich das eigentlich auch nicht. Wachsache, so, die lasse ich jetzt, na warte mal, gehen wir mal. Nein, ich fühle was will ich eigentlich. Ich fühle das, das wollte ich eigentlich nicht. Nun, da lasse ich mal drin. Da sind alle drin, hier außen dem Siffler. Töne ist hier dann auch mal drin, weil ich immer gucken möchte, von was soll ein neues Gitu für noch Geld brauchen. Ah, irgendwo noch ein Siffler hier. Bin gehabt, wo ist der denn? Hä? Wo ist der? Ach, da unten wäre leicht. Da unten wäre vielleicht eine bessere Idee. Wollen wir mal gucken, was er für ein Item hat. Aber für ein Skill, das er hat. Ja, man sollte aber da unten scrollen. Wäre vielleicht eine bessere Idee. Dann klappt das Welt auch. Ja, aber nein. Na ja, egal. So. So. Dann opfangen wir den auch nochmal. Dann opfangen wir den auch voll, den Brosse, wie gesagt. Man hat ja nur den Schein, was man halt machen möchte. Wie man halt die verkaufen und dafür ein Item kriegen, oder wie man da, ähm, entsprechend, ja, ein Skill für haben. Weil man das wie vorhin nicht weiß. Ja. Ja. Ist ja das Item auch richtig cool, was man da kriegt für. Ich werde mal schauen, ob wir überhaupt was neues kaufen können. Aber, ich weiß nicht. So. Errate 3. Na ja, wenn man es braucht. Wir nicht. Ja, 50.000, ey. Du meine Güte. Oder jetzt, wenn man wieder zugeschüttet ist. Gegen Ende ist immer so, ne. Ich wollte mal kein Geld zusammen und jetzt hat man viel zu viel. So. Ähm. Ihr könnt mal nehmen wir noch eine Bitch. Maybe. Sollen wir mal in die Skills-Sekse nehmen von Maybe. Das hat uns wirklich geholfen tatsächlich. Also kurzzeitig. So. Ähm. Und da rein. So. Pack auf mal den mal. Okidoki. So. Wie ist es hier auch. Mit neuen Sachen. Ich vermute, dass wir da nix kriegen. Was wir nicht schon haben. Äh. Christian haben wir nämlich schon. Ueliz haben wir auch schon. Also gibt es da nix Neues. Der hat doch die Beste hier. Also da gibt es offenbar nichts. Ach Gott. Na ja. Leute, ich verstehe schon. Die Monfeng haben wir schon. Haben die Grille. Haben die Beste. Haben die Beste schon. Ja. Wobei. Normalerweise könnte theoretisch. Man könnte. Äh. Jetzt noch ne. Niedrig-Levelige Waffe kaufen. Und die mit Skills versehen. Tatsächlich. Und dann die verkaufen. Dann könnte man die. Bei der nächsten Gefichte nehmen. Und kaufen. Mit dem Skill. Erst dann hier wegen dem Skill. Dann. Aber gleich den Skill zur Verfügung. Ähm. Aber. Pff. Es ist ein. Ja. Es ist ein. Gebackt ist. Keine Ahnung. Woher geht das? Aber die brauchen wir eigentlich auch nicht. Wenn man genau betrachten möchte. So. So. Gucken hier. So. Haben wir doch alles. Müll wegkühlen. Müll ist das Beste. Das ist aber nichts Neues. Na wie hat jetzt das Beste Buch? Schauen. Das ist das Beste Buch. Ja. heading. Ma-Mau-Mau-Master. Die Virginia hatte die besten Dinge schon. Es gibt aber nichts Neues. Haben wir doch alles da. Was hat der noch ein Buch gehabt? Ja. Dann. Gibt's nichts. Da gibt's auch nichts Neues. Ja. Ja. Also. Alles. Die haben wir. Die haben wir doch eh. Ja. Natürlich. Wer soll die sonst haben. Wenn wir sie da nicht kaufen können, ha, ha, nur eine leckere, logische Idee, sag ich dazu. Und hier doch auch, hier die Große, hier doch die Kleine meine ich, hier doch hier Twilight, ne? Ja, gut, und Stein. Hat jetzt auch den. Gut, sind wir eigentlich voll ausgerüstet, das heißt wir können uns jetzt eindecken mit Tränken. Elixier, wo brauchen wir denn davon? Ich hab mir nur verwendet hier, nehmen wir mal neun, sechs Stück, sollte reichen. Ja, was mach ich jetzt mit den anderen Märkten? Wollt ich die verkaufen, noch ein Item extrahieren? Ja, keine Ahnung. Jetzt überlege ich mir das noch. Mach das ja beim nächsten Mal, zum Anfang mal zur Abwechslung, oder? Soll ich die verkaufen, oder soll ich die denn noch empfangen? Ich weiß nicht was ich bringen, ich hab mir nicht nachgeguckt. Natürlich gibt es da eine Liste drüber, aber hab ich nicht nachgeguckt. Entweder ein Skill oder ein Item. Und man nicht weiß, was was ist. Ich glaub theoretisch ein Item bringt uns vielleicht noch mehr. Hier, komm. Na, Großschwert. Ist das alles? Toll, keine Liste hilft mir nicht. Wenn ich vorher gewusst, hätt ich mir das sparen können. Ah. Hey. Ist das alles? Ah, eine Kette. Vielleicht bringt das was, ja. Ich mein, ich verkauf sie jetzt einfach. Was soll's. Oh, noch eine Kette. Ah, auch nicht schlecht. So. Ist das alles? Oh, eine Kette? Ist das alles? Oh, ein Hut? Und, was ist? Oh. Uh. Uh. Undingens. Gut. Jetzt hab ich hier wieder nichts für nen Skill gemacht. Skills brauchen wir gar nicht so sehr. Weil Zauberkräfte haben wir nicht stark genug. Oder Sakura 2 vielleicht gut gewesen wäre. Hätten wir vielleicht da gucken können. Oder Sakura's 4 oder so kriegen. Aber. Naja. Gut. Muss ich auch noch kaufen, ne? Ja. Irgendwo eine blöde Geschichte. So. Mal gucken her. Ah. Was ist das denn hier? Skybane. Oh. Oh. Dann sind sie hier. Und ich brauch ihnen was so bringen. So. Ja. Gut. Hab ich die wieder. Und dann kriegt man die mal aus. Wenwer kann sie noch gebrochen. Ah. Ah. Hä. Ach. Eine Kette, keine Ahnung, wer die brauchen könnte Nehmen die mal hier, irgendeine könnte ich so gebrauchen Einfach ein bisschen ziellos hier Kalkon kann ich mehr benutzen, sind die voll? Ja, habe ich eins zu viel? So, was mache ich damit? Der kann die brauchen, der braucht nur eine Kette Die Schiss gegen Stochenbrüche Ja, aber Ja, gut Ich nehme die jetzt raus Immer noch 200.000 Das Geld kann ich leider nicht überweisen Für Esle Oder für Rondimien oder irgendjemanden Ist ja ganz praktisch Aber haben wir halt nicht So, eine haben wir noch zu viel Gut So Die verkaufen wir jetzt sogar noch Ja, hätten wir vielleicht sogar beim Einsatz opfern können Wegen Skill Ach, habe ich nicht dran gedacht Jetzt ist auch egal, jetzt ist weg So 200 Exos und 800 Also Wie mehr Geld geht hier nicht mehr Das war's Das soll's Wir haben Heute die Geschichte so gut wie abgeschlossen Nur nur ein Kampf steht für uns bevor Ja, das war's natürlich beim nächsten Mal Und Deswegen sage ich Danke fürs Zusehen Ich hoffe ihr hattet Spaß Denkt immer an die Kommentare und an die Bewertungen Und damit Danke fürs Zusehen Und Bis zum nächsten Mal